Die Wüste sozusagen lebt und die Menschen davon leben können. Deshalb ist es wichtig zu spenden. Beständig, so das Wetter. NR2 Verkehrsservice für den ganzen Nordenstau, der Stockener Verkehr. A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Bremen, Asten und Brinkum, ein Kilometer Stau. A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Himmeler Wald und Leerte Ost, 6 Kilometer Stockener Verkehr. Und die A38 Halle Richtung Göttingen zwischen Heilbart Heiligenstadt und Ahrenshausen nach einem LKW-Unfall gesperrt. 2 Kilometer Stau, Umleitung führt über die U42. Gute Fahrt wünsche ich. Von der Molkerei Weinstephan machen Sie diesen Tag zu etwas Besonderem mit Weinstephan. Advent bei Klassikradio Ja, hier steht 2 Kilometer. Gute Fahrt wünsche ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.